Beschwerde über Schwimmkurse B2 Briefschreiben Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte meine Unzufriedenheit mit den Schwimmkursen, die ich kürzlich bei Ihnen besucht habe, zum Ausdruck bringen. Gemäß Ihrer Werbung habe ich mich für die Teilnahme an Ihren Schwimmkursen angemeldet, die eine kostenlose einmonatige Testphase und anschließend eine kostenpflichtige Jahresmitgliedschaft bieten. Leider musste ich feststellen, dass es erhebliche Diskrepanzen zwischen der beworbenen und der tatsächlichen Erfahrung gab. Mehrmals wurden Kurse aufgrund eines Mangels an Tutoren abgesagt, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten führte. Insbesondere fanden die Wassergymnastikkurse, die beworben wurden, nie statt, obwohl ich mich darauf gefreut hatte, daran teilzunehmen. Laut Ihrer Werbung konnten maximal 15 Personen am Kurs teilnehmen, aber leider waren es tatsächlich 20 Personen, was bedeutet, dass der Pool für alle zu eng war. Zuletzt möchte ich betonen, dass die versprochene Qualität der Dienstleistungen nach der kostenlosen Testphase nicht eingehalten wurde. Daher habe ich beschlossen, mit dem Schwimmunterricht aufzuhören. Ihr Fokus lag offensichtlich darauf, neue Mitglieder zu gewinnen und diese zu dem Abschluss einer Jahresmitgliedschaft zu bewegen, ohne sich auf qualitativ hochwertige Kurse zu konzentrieren. Aus diesen Gründen verlange ich eine Rückerstattung. Mit freundlichen Grüßen!